ist nicht mal annähernd irgendwie in die richtung da geht es um das prinzip ja was für haftig leuten vorgeworfen dass sie irgendwie rechtsradikal sind weil sie doch die richtige entscheidung gewesen komisch dass die sagen dass sie keine lust auf uns haben aber gefühlt alle uns ein blasen es passt schon alles gut wir haben es immer wieder hoch geschafft also es ist alles in ordnung die kleine kinder alles gut